Hallo liebe Schüler, hallo Olivia, hi, schau mal was ich dir mitgebracht habe. Dankeschön, bekomme ich auch eine? Meine Presse Rebekka, was gucken sie so? Auf jeden Fall werde ich euch den Satz des Pythagoras um drei Uhr nachts abfrage, dann muss der wie aus der Pistole geschossen kommen. Herr Schwanz, was machen sie hier? Kannst du den Satz des Pythagoras? Hilfe! A² plus B² gleich C²? Ja!